Mädels Du darfst beim Auto vorn, nicht auf die Mädels schauen, sonst übersiehst du leicht, das vorn schon immer reicht. Du musst beim Auto vorn, nur auf die Straßen schauen, sonst brauchst du irgendwann auf den Vordermann. Mädels können ja nicht zahnen, drum voll bloß nicht drauf rein, willst du nen Blick riskieren, kann das gefährlich sein. Schau dir immer auf die Straße und auf den Vordermann, weil sie in so ner heiklen Phase schnell mal knallen kann. Du darfst beim Auto vorn, nicht auf die Mädels schauen, sonst übersiehst du leicht, das vorn schon immer reicht. Du musst beim Auto vorn, nur auf die Straßen schauen, sonst brauchst du irgendwann auf den Vordermann. Du darfst beim Auto vorn, nicht auf die Mädels schauen, sonst übersiehst du leicht, das vorn schon immer reicht. Du musst beim Auto vorn, nur auf die Straßen schauen, sonst brauchst du irgendwann auf den Vordermann. Du darfst beim Auto vorn, nicht auf die Straßen schauen, sonst übersiehst du irgendwann auf den Vordermann. Sonst übersiehst du irgendwann auf den Vordermann.